Wir schauen uns jetzt gleich mal die Verhandlungsteams der beiden Parteien an und starten gleich mal mit dem ÖVP-Team. Wer sitzt denn da aller drin? Ja, was einmal auf den ersten Blick auffällt, das sind lauter junge Kräfte und lauter Kräfte, denen offensichtlich Sebastian Kurz blind vertraut. Bis jetzt Koalitionsteams der ÖVP, da saßen immer alte Hautegen drinnen, Verhandlungsprofis. Das sind alles im Großen und Ganzen Neueinsteiger in die große Politik. Wenn man zurückdenkt an den Beamtengewerkschaft, hat Fritz Neugebauer, der in jedem Verhandlungsteam gesessen ist und ein geübter Aussitzer und Verhandler und Sturer. Das sind alles junge, flexible Menschen, denen der Kurz vertraut. Und Gernot Blümel ist wahrscheinlich bekannteste von ihnen, der Wiener Landesparteichef. Wird er schon als Medienminister gehandelt? Der wird schon als Medienminister gehandelt. Er ist ein absoluter Vertrauter von Sebastian Kurz. Dann die Frau Kremsner, die von den Casinos Austria kommt. Also überraschend eigentlich zur stellvertretenden Parteichefin gemacht worden von Sebastian Kurz. Und wie gesagt, lauter junge Kräfte. Aber könnte das der ÖVP vielleicht ein bisschen einen Nachteil bringen gegenüber so alten Hasen von der FPÖ, sage ich jetzt mal? Auf den ersten Blick vielleicht wäre das ein Nachteil. Aber Sie können es in einen Vorteil umwandeln, wenn Sie frisch und unbelastet in die Verhandlungen reingehen. Es stimmt schon, wir werden gleich sehen, bei der ÖVP sitzen zumindest drei absolute Vollprofis. Bei der FPÖ. Bei der FPÖ, pardon, sitzen drei absolute Vollprofis. Und da können die vielleicht, was Routine und Erfahrung betrifft, nicht mithalten. Aber Sie können das sicher mit Eifer wettmachen. Welche Ministerien möchte die ÖVP jetzt unbedingt haben? Ja, unbedingt. Neben den klassischen Ministerien, glaube ich, wie Landwirtschaftsministerium und Finanzministerium, ist, glaube ich, ganz wichtig, kommt es auf zwei Ministerien an, die ganz heikel sind. Das ist das Außenministerium. Das wäre, weil wir heute Nachmittag auch schon darüber gesprochen haben, ob eine türkis-blaue Koalition Österreichs Ansehen schaden würde. Ich glaube, die Aufregung würde sich legen. Allerdings ein FPÖ-Außenminister wäre, glaube ich, für das Image nicht gut. Und das will die ÖVP um jeden Preis verhindern. Und dann ist eigentlich mit einer fast rote Liniebedingung Strache in die Verhandlungen hineingegangen. Ich will Innenminister werden. Da könnte, heißt es, sich der Bundespräsident querlegen. Ich glaube, da hat im Prinzip die ÖVP nichts dagegen. Aber da könnte sich der Bundespräsident querlegen. Schauen wir uns gleich mal das FPÖ-Verhandlungsteam an, ob es da irgendwelche Überraschungen gibt. Eine Dame ganz rechts außen. Ja, da gehört sie auch hin. Sie ist im Großen und Ganzen, glaube ich, einer breiten Öffentlichkeit noch nicht bekannt. Ich habe mich auch erkundigen müssen. Aber die kann es schon. Also die steht für einen absoluten Rechtskurs. Ist bis jetzt als Sprecherin für Familienangelegenheiten aufgefallen. Sie sagt so Dinge, wie sie sei gegen Väterkarenz, weil ein echter Mann hat für die Familie zu sorgen. Sie hat schon gesagt, die deutschen Grünen sind von Pädophilen unterwandert und die österreichischen Grünen sollen sich davon distanzieren. Also so jemanden setzt man ins Verhandlungsteam. Die ist ein klares Signal nach rechts. Wer wird der Chefverhandlerposten übernehmen? Ganz klar Herbert Kickl, Norbert Hofer und HC Strache. Und HC Strache, das sind drei absolute Vollprofis. Und Norbert Nemeth ist, glaube ich, bis jetzt ebenfalls einer breiten Öffentlichkeit nicht so bekannt. Der ist, glaube ich, der klassische bürokratische Abwickler, der juristisch bewandert ist, ein eher trockener Arbeiter. Aber die drei wichtigsten sind sicher Hofer, Kickl und Strache selbst. Wie schätzt du das ein? Wo könnte es jetzt zu Reibungen kommen bei diesen Verhandlungen? Und laut deiner Einschätzung, wie lange wird das in etwa dauern? Ja, wie lange wird es dauern? Es heißt ja, dass sich die beiden Parteien in vielen Punkten schon sehr einig sind. Wenn die Verhandlungen zu schnell sind, heißt es wieder, das war vorher schon alles ausgepackelt. Deswegen, glaube ich, wird man sich Zeit lassen. Es gibt allerdings schon einige Punkte, wo sie weit auseinander sind und wo ich auch nicht sehe, dass es so schnell zu einer Einigung kommen wird. Es sei denn, eine der Parteien gibt nach. Das ist ganz sicher die Europafrage, das Bekenntnis zu Europa, die Eurofrage. Das ist ganz sicher die Frage der Arbeiterkammern und der Wirtschaftskammern, der Pflichtmitgliedschaften bei den Kammern. Da ist die FPÖ in den Wahlkampf gegangen mit der Parole Abschaffung der Pflichtmitgliedschaften. Daran kann die ÖVP kein Interesse haben, weil das betrifft ja ihre stärksten Vorfeldorganisationen. Und dann wird es auch so in der Medienpolitik Reibungen geben. Die FPÖ will die ORF-Gebühren abschaffen, die ÖVP will das, glaube ich, nicht. Also es gibt schon Punkte, wo man sich einigen muss. Wir sind gespannt auf die Verhandlungen, auf jeden Fall werden wir das genau beobachten. Dankeschön, Werner, dass du das für uns analysiert hast. Vielen Dank.